Musik Hallo Schilti, als Langnauer solltest du ja wissen, warum es der Tiger auf dem Langnauer Leibli ist, oder? Ja, das kann ich vor den Tiger Käs angeben, vis-à-vis vor den Ispan. Als Emmentaler schwingst du gerne. Stimmt das, dass du das Schwinger-Leibli steigert hast? Ja, ich habe es versucht, aber es ist viel zu teuer geworden. Dein Sohn spricht lieber Deutsch oder Quebecois? Ja, momentan hat er noch nicht so viel, aber auch in der Quebecois. Okay. Du hast ja langsam ein Sorgenstein hier in Fribourg. Wie lange bist du jetzt überhaupt schon da? Oh ja, es geht so lange. Eigentlich nur wie zum Inventar. Ich glaube so 10, 11, 12 oder gar mehr. Weisst du überhaupt, wo es der Drache kommt? Ja, vom gealterten Tag. Das ist auch von der Drachenlegende, die es dann nicht gab. Du hast ja schon den Plan, was nach der Karriere machen würdest du? Momentan bin ich ja Uni und studiere Sport. Eigentlich würde ich nach der Karriere Sportlehre machen. Das wäre jetzt das Ziel. unkberatoren.